Slups, das ist ein Chess-Video mit verschiedenen Bällern und ich fange mit einem äh, China-Knaller an Ne, wie mache ich das im besten? Eben Das war ein China-Knaller So, warte Drück Dann kommt hier jetzt ein A-Beller, China-Beller A So ein Teil hier Moment Das war ein A-Beller Dann kommt jetzt der hier Das ist ein B-Beller Das ist ein B-Beller War da auch schon laut Hi! Hi! Dann kommt jetzt der, ähm, China-D-Beller Ja! So, dann kommt ein Kanonenschlag von Beko So einer Boah! Alter, boah! Der wird dann fast lauter Oh, danke Na komm! Und jetzt kommt der Letzte Das ist der Super-Beller 2 Der Stärkste von allen Von Beko Auch hier nochmal zu sehen Das dürfte eigentlich der lauteste sein Das dürfte eigentlich der lauteste sein Stopp! Aufschlag von Beko Warte ich noch bis das Auto weg ist Ja, ja Na? Jetzt! Hä? Danke! So, das war ein B-Beller Von China-Knaller Bis Kubi Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und ja!